Karl Krause, 25 Jahre alt, geboren in Wiesbaden, Internat Schweiz, Vater Industrieller, studiert Jura. Simon Feierling, 24 Jahre, aus Stuttgart, Vater Diplomat, studiert Jura. Ronny Witte, 19 Jahre alt, Berlin Wedding, Vater Todmutter, Hartz IV, Jura. Wedding ist mies, oder? Allerdings. Ja, ich nenne es Hölle. Ich nenne es das Zuhause. Das ist Rambodswein. Okay. Ronny ist der Quotenprull. Den haben sie sich ins Haus geholt, damit er nicht so langweilig ist im reichen Bengels. Sophie Ardo, Belgierin, 23, studiert Jura, Vater ist Diplomat. Genau. Drei fechtende Buben und eine trinkende Dame. Und ein toter Obdachloser. Simon und Ronny waren an dem Abend unterwegs, mit einem roten BMW, angeblich bei einer befreundeten Verbindung. Karl ist zuhause geblieben und hat gelernt und Sophie hat geschlafen. Oder vor sich hin gedämmert. Und auf dem Rückweg schnappen sich Ronny und Simon den Obdachlosen und töten ihn. Aber warum? Warum leckt sich der Hund die Eier? Das kann. Weil es dem Spaß macht. Siehst die Eier lecken. Du, Fritz, weiß ich nicht, vermute ich mal. Ich meine, was sagst du denn? Anergi, ich bin bis jetzt noch nicht rangekommen. Spaß als Mordmotiv, das ist immer richtig originell. Ja, wirklich. Ihr habt, du, Mordlust? Mal Herrenmenschen mit einem Degen in der Hand. Die fechten den ganzen Tag rum. Vielleicht hatte einer mal Lust, irgendwie ein richtiges Herz zu stechen. Ach, steile These, ey. Ja, du, bitte, ich hab Unrecht. Ich bin so gespannt auf eure Theorie. Weiß jemand was? Hm? Niemand? Gut. Drei, zwei, eins, vorbei. Ferdinand Aschenbach. Was? Ja, unser Toter ist gerade reingekommen. Seine Frau Elisabeth ist gerade auf dem Weg von Wien nach Berlin.